Ja und bei uns geht es weiter mit dem Konzerngaleria Karstadt Kaufhof. Der schließt ja mehr als jedes dritte Geschäft in Deutschland und zurückbleiben rund 7500 arbeitslose Menschen, für die das Unternehmen weit mehr bedeutet als nur ein Arbeitsplatz. Ich habe schon gestern so viel geweint, eigentlich hat man gar keine Tränen mehr. Es ist so gemein, wir haben immer unser Herzblut, alles gegeben. Und die sitzen da und streichen uns weg und das war's. Hier vermischen sich Trauer und Wut, denn das Unternehmen Karstadt Kaufhof schließt deutschlandweit 62 Filialen und hinterlässt damit über 7500 Mitarbeiter arbeitslos. Am stärksten betroffen Nordrhein-Westfalen mit 18 Schließungen, gefolgt von Bayern und Berlin. Seit Jahren kämpft der Konzern gegen den wachsenden Online-Handel an. Corona gibt ihm letztlich den Rest. Der Verlust ihres Arbeitsplatzes für diese Berliner Mitarbeiterinnen ein Trauma. Wir sind wirklich entsetzt und todtraurig. Eigentlich ist es unser Leben hier und wenn man dazu macht, ist es weg. Da kann man eigentlich auch nichts mehr zu sagen. Leben ohne Karstadt, ich kann es mir nicht vorstellen. Wirklich nicht. Ein Leben ohne Karstadt, das ist auch für viele Kunden unvorstellbar. Die Stimmung in dieser Berliner Einkaufsmeile derzeit gedrückt. Ich finde es traurig. Ich finde es einfach traurig. Die meisten kaufen online und so was. Dann wundern sie sich, wenn es keine Geschäfte mehr gibt. Ich kaufe ständig bei Karstadt ein. Die haben so eine tolle Lebensmittelabteilung. Das findet man sonst fast gar nicht. Ich gehe immer zu Karstadt, weil ich das einfach klasse finde. Die Verkäufer sind mit mir alt geworden oder älter. Samstags Nachmittags treffen wir uns oben bei Karstadt zum Kaffee trinken. Seit 30 Jahren. Und das werde ich auch weitermachen. Wir besetzen einfach Karstadt. Vor dem Online-Handel ermöglichten große Kaufhäuser wie Karstadt für viele Menschen das ultimative Shopping-Erlebnis. Kleidung, Haushaltswaren und Lebensmittel an einem Ort. Nicht selten ein Ausflugsziel für die ganze Familie. Die Berlinerin Marion Hoppe arbeitet seit 38 Jahren bei Karstadt. Die Schließung ihrer Filiale begleitet sie emotional ununterbrochen. Es ist sofort wieder da, wenn es eine Minute weg ist aus dem Kopf. Es ist sofort, mir kommen sofort die Tränen. Es ist so unglaublich. Ich bin so traurig. Kein Wunder, denn in ihren fast vier Jahrzehnten im Unternehmen erlebt die Einzelhandelskauffrau unzählige schöne und prägende Momente. In ihren Erinnerungsalben hält sie diese Augenblicke fest. Ach, das muss ich dir mal zeigen. Da war ich mal ein richtiger heißer Feger damals, guck mal, in der Multimedia-Abteilung Musik und Video. Das war toll, das war auch eine ganz tolle Zeit. Ja, da wurde umgebaut, unsere Abteilung. Da hast du auch kräftig mitgeholfen, aus dem Nix. Andreas Werner ist der Vorsitzende des Betriebsrates von dem Berliner Karstadt, in dem auch Marion arbeitet. Ihm geht das Schicksal der rund 130 Mitarbeiter seiner Filiale ans Herz. Darum gibt er ihnen ein Versprechen. Wichtig ist nur, dass wir nicht aufgeben werden. Wir werden probieren, alles in den Wege zu leiten, dass unser Haus von dieser sogenannten Schließungsliste runtergenommen wird. Trotz der drohenden Schließung werden diese Mitarbeiterinnen eines mit Sicherheit nicht verlieren. Ihren großen Zusammenhalt. Zusammenhalt.